So, und damit herzlich willkommen zu ShishaCast Episode 35 und ich bin mal wieder nicht alleine, sondern hab den lieben Marvin mit dabei. Ich wollte dich kurz hops nehmen. Hallo, guten Tag. Grüße aus dem ShishaCast Episode 35. Nachdem wir ja beim letzten Mal nicht ganz pünktlich waren. Nee, die letzte Folge hat einfach nur die Sommerpause beendet. Genau, Sommerpause, da war was. Und jetzt ist es aber wieder ein bisschen besser, wenigstens. Genau, also wir nehmen zumindest, wir haben eben geguckt, also egal, wir haben gesagt, wir reden nicht mehr drüber. Hallo, wir kommen in Episode 35 und wir haben noch ein paar Themen abzuarbeiten, haben wir euch das letzte Mal ja schon angekündigt, die es nicht in Folge 34 geschafft haben und deswegen jetzt noch mit in Folge 35 kommen, auch wenn sie noch oder schon ein kleines bisschen her sind. Aber wir die trotzdem unbedingt noch besprechen wollen. Wie zum Beispiel das Aeon Event. Dann gibt es noch was sehr Aktuelles, was gerade gestern passiert ist. Ein paar Real-Life-Themen haben wir und auch noch ganz, ganz wichtig, es war ja noch eine Shisha-Messe und zwar die InterTabak. Im September. Im September. Ja gut, wie gesagt, es sind noch ältere Themen, aber wir müssen auf jeden Fall drauf eingehen. Genau, wir wollen auf jeden Fall noch drauf eingehen, weil InterTabak ist schon immer sehr cool und da wollen wir halt noch kurz mit euch drüber quatschen. Ja. Und natürlich noch meinen Besuch beim lieben Sandro in der Schweiz, habe ich auch angekündigt. Die Swizzys Swiss Tours. Swizzys Swiss Tours. Übrigens 5 von 5 Sternen auf Google, kann ich nur empfehlen. Da gibt es natürlich auch den Code SWG10, aber das sind sehr exklusive Touren und deswegen auch nicht ganz günstig. Bloß ist es natürlich die Schweiz. Hat er schon auf seiner Website Buchungsformula und so weiter hinterlegt? Swizzyswisstours.com kannst du dir aussuchen, gibt verschiedene Pakete, die du buchen kannst und je nachdem kriegst du halt eine fettere Tour. Es gibt sogar Wochenendtrips, es gibt einzelne Aktivitäten, die du buchen kannst. Okay. Zum Beispiel Shisha-Shooting auf dem Berg mit Swizzys. Gibt es denn auch dieses erotische Shooting am See? Das war ein Special. Ah, okay. Das war ein Marv-Special? Ja, das macht Sandro nicht für jeden. Ah, okay. Ja, aber da hat er eine Ausnahme gehabt. Eine Ausnahme. Aber buche ich vielleicht auch. Ja. Guckt euch die Bilder gerne nochmal auf meinem Onlyfans an. Da sind die uns... Was? Bruder, was? Was? Jetzt wieder diese paar Leute, denen gerade der Shisha-Schlauch runtergefallen ist. Marvin hat Onlyfans... Es war ein Scherz, Freunde. Es war ein Scherz. Hä? Also willst du doch als Scherz darstellen? Ja. Achso, Release ist dann erst... Ich hab gesagt Embargo. Darfst du noch nicht erzählen. Gut. Und was ging bei dir so, Alex? Wie läuft's bei deinem Onlyfans? Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen, ja? Geil. Hast du jetzt schon die dritte Million endlich geknackt? Ja, klar, natürlich. Das freut mich. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu ernsteren und vor allem schöneren Themen, als wenn wir zwei Onlyfans machen würden. Da gibt's auch den Shisha-Cast in der FSK 18 Edition. Wo wir beide nackt auf der Couch sitzen zum Shisha-Cast. Ja, genau. Ne, in so einem Borat-Anzug. Ja, und die Pooletischen gibt's da auch. Den Shisha Hot Tub Cast. Genau. Ah, verstehe. Aber das ist jetzt über den Winter erstmal abgesagt. Jetzt ist Borat Badeanzug auf der Couch angesagt, bis wieder wärmer wird. Ja. Okay, fangen wir doch mal mit den Setups an. Lieber Marvin, was hast du dir denn Schönes gemacht? Also ich hab eigentlich gar nichts gemacht, außer die Technik vorzubereiten. Ich war mal wieder ein sehr, sehr fauler Marv. Hab einfach die FIBO genommen, also Union Huka Fibonacci, die eventuell noch von gestern vom Stream hier stand. Die hab ich einfach wieder genommen. Und Kopf hab ich mir auch nicht gebaut. Da hab ich mal wieder den Alex gezogen. Das ist einfach unsere Arbeitsteilung mittlerweile. Ja, das ist halt Arbeitsteilung, ja. Ja, das ist festgefahren, ne? Ich mach die Technik ready, ich hol die Shownotes, ich starte OBS für unsere Aufnahme, ich hol die Mics, die Headphones und alles. Und der Alex baut mir ein Köpfchen. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Aufteilung. Ich bin auch mit der Aufteilung eigentlich sehr zufrieden, wo ich's da. Ja? Ja. Da sind wir ja beide happy. Also, ich glaub, das kannst du auf jeden Fall zehnmal schneller als ich. Und dann dafür kann ich... Bis ich dir alleine erzählt hab, wo unsere Shownotes liegen und so Sachen, dann hab ich das, glaub ich, wirklich fünfmal schneller aufgemacht, ja. Aber dann sind wir ja beide happy. Ja. Das ist ja gut. Das ist gut. Das ist schön, ja. Freuen wir uns. Ja, also die Union Huka Fibonacci. Obendrauf hab ich den Element Relict. Das ist eigentlich ein Kopf von Werkbond, der aber unter Element läuft, weil die den für Element gemacht haben. Aber eigentlich ist es ein Werkbond. Ein Mehrlochkopf, weil da kann ich vielleicht kurz ausholen. Nee, da hol ich kurz nach deinem Setup hol ich dann aus. Okay. Und der Alex hat mir gebaut den Exotic Fruit und den Kiwi Stoner. Also Exotic Fruit von Nasch und den Kiwi Stoner von Blackburn. Obendrauf der Onbo HMD mit vier Kohlen angeraucht, jetzt zwei Kohlen drin und eine oben auf Kipp. Nice. Schmerzt dir? Ja, ist lecker. Das freut mich. Ich hätte, du hast ja nur zwei Sorten rein, dann war ich erst so, nur zwei Sorten, aber das ist ein leckerer Mix. Das freut mich. Also der braucht gar keine dritte Sorte oder so. Ja, ich dachte so, weil du ja eigentlich auch eher Team, ich mische zwei Sorten und ab drei wird, wird... In letzter Zeit immer mehr. Ja? Ja, auch mal vier Sorten, drei Sorten und Squeeze, vier Sorten und Squeeze. Sehr cool. Kommt schon vorher. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir die NZ, NZ-Hooker geschnappt. Die Butterfly. Die Butterfly. Habe ich bisher noch nicht geraucht, deswegen wollte ich mal ausprobieren. Lass dich eigentlich ganz gut rauchen, cooles Design. Auf jeden Fall als Kopf habe ich den Voscanusia Uiwaschka und habe mir also auch einen Meerlochkopf und ich habe mir gebaut einmal den Red Bomb von Nasch zusammen mit Shock Anans von Blackburn und dann habe ich noch drin auch den Exotic Fruit und on top noch ein bisschen Pineapple Squeeze. Ja. Nakrani, ebenfalls mit vier Kohlen angeraucht, jetzt noch drei Kohlen drin, also zwei drin, eine auf Kipp. Läuft sehr gut. Wild. Also ich muss sagen, mir reicht die Hitze gerade im Onmo absolut aus. Aber gut, ja, wir wissen ja, dass der Alex und seine High-Heat-Setups, das ist nochmal eine andere Liga. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte. 159 Euro kostet die Pfeife. Mit der Bowl sogar, ne? Ja, mit der Bowl. Sehe ich gerade. Also es ist eine coole Steckbowl. Du hast jetzt die XS-Variante, es gibt sie einmal in kleinen und in groß. Die große ist zwar besonderer, weil die hat noch ein Tauchrohr-Sleeve. Etwas, das man relativ selten sieht, aber finde ich cool. Passend dann zu den Rauchsäulen-Sleeves. Plus es gibt ja auch noch das passende Mundstück, das auch nochmal das Sleeve hat. Also theoretisch hast du für die große dann vier verschiedene Sleeves. Das ist cool. Eins fürs Mundstück, zwei für die Rauchsäule und eine fürs Tauchrohr. Ja. Krank. Also ich finde für 160 Euro wirklich eine gute Erweiterung. Allerdings auch gerade die XS jetzt in der, ich würde sagen, an der am schlimmsten umstrittene Kategorie bei Pfeifen im Moment. Kleine Einschlauch-Steckpfeifen mit Blow-Offs ist glaube ich die Kategorie, wo du wirklich am krassesten abliefern musst im Moment, weil es da so viele gute Alternativen gibt. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Es gibt so viele gute mittlerweile. Du kannst aus dem Stehgreif bestimmt vorneweg fünf aufzählen. Ja. Breeze, Kaif, Spectre, Penta, Epochs, Pro X Mini, Epochs, die Expansion. Jetzt sind wir schon bei sieben. Und wenn du jetzt noch die dazu nimmst, es gibt bestimmt noch ganz viele weitere. Also da ist wirklich einfach teilweise Geschmackssache, teilweise natürlich auch, was hat man lieber, wenn man beim Rauchen umstellen kann, wenn man umbauen und so weiter. Aber da gibt es wirklich, also es gibt einen Haufen an der Art von Pfeifen mittlerweile. Ja. Also wirklich super viele. Aber für 160 Euro gar nicht schlecht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei den Farbkombinationen und so bestimmt einige sehr, sehr happy sind. Übrigens Werbung, teilweise wurden uns Produkte zur Verfügung gestellt. Wir haben heute kein Placement, also wir werden nicht bezahlt für irgendwas, was wir hier machen. Aber teilweise wurden uns die Produkte halt zur Verfügung gestellt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich muss sagen, ich finde dieses Pink echt gut. Ich finde es auch geil. Ich bin ja eh Fan von so pinken Sleeves, pinken Pfeifen allgemein. Und das hat mich ja zum Beispiel, das fand ich bei der Spectre nicht so schön. Das ist ja ein sehr, sehr helles Pink, was auch so seinen uniken Look hat. Aber ich finde so ein knalliges Pink auf jeden Fall nochmal einen Ticken schöner, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch cool. Also wie gesagt, ich habe die Pfeife von denen zugeschickt bekommen und sollte mir dann eine Farbe aussuchen und habe mich dann relativ schnell für Pink entschieden, weil ich dachte, ist immer was anderes. Und deswegen habe ich die Farbe genommen. So, ich habe meine Pfeife auch noch ein bisschen vor mich gestellt, weil mir der Schlauch da drüben ein bisschen zu weit weg ist. Speaking of, der Schlauch ist mir ein bisschen zu weit weg. Warum ist der denn weiter weg als sonst? Also alle, die sich den Shisha-Cast in Videoform reinziehen, die werden es schon gesehen haben, wir sitzen in einem anderen Raum. Und zwar bin ich irgendwann letzte Woche auf den Gedankenblitz gekommen, dass es ja eigentlich sehr sinnfrei ist, dass der Raum im Studio, der kleiner ist, der ist, in dem ich mehr Zeit verbringe. Und der Raum, in dem ich drehe und deswegen deutlich weniger Zeit verbringe, als mein Streaming- und Arbeitsraum, der kleinere ist. Das macht ja, nee, 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 das war der größere. Also wo ich gedreht habe, war der größere, wo ich die meiste Zeit gearbeitet und gestreamt habe, war der kleinere Raum. Und dann dachte ich so, warum tauscht man das denn nicht einfach? Und wie ich es dann halt manchmal bin, es gibt so gewisse Sachen, wenn die in meinem Kopf drin sind, dann müssen die direkt abgehackt werden. Das lässt mich nicht in Ruhe. Das ist wie so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die im Hintergrund immer sagt, mach das, mach das. Ja, vor allem, weil du halt auch so viel hier bist, dass du halt auch die ganze Zeit das vor Augen hast. Also gestern war ich wieder 14 Stunden im Büro. So krass. Ich bin, wann war ich hier? Um 10 irgendwas? Nee, 11. 11 und um 1 Uhr nachts bin ich heim. Oder? Es sind 1 Stunde bis 12, sind 12 Stunden. War ich doch um 10? Ich habe es gestern ausgedreht, 14 Stunden war ich im Büro. Also war auf jeden Fall wieder wild. Wild. Und deswegen haben wir das gestern einfach gemacht und wir sitzen jetzt in dem größeren Raum im Büro und das ist jetzt auch mein Streamingraum und ich finde es deutlich geiler. Ich muss ich auch sagen, ich finde es echt um einiges schöner Raum. Auch allein der Look von der Kamera, weil es halt einfach größer ist, ist einfach schöner. Also ich finde es super cool. Hast du eigentlich deinen, wo ist der Playbutton? Den habe ich noch nicht mit rüber. Ah, okay. Da bin ich jetzt noch am überlegen, wo der hin soll und meine Gedanken sind rechts neben dir an die Wand praktisch wieder hier. Dass der hier so hängt ungefähr. Und dann müsste da noch ein Spotlight drauf leuchten und dann wäre es wieder ziemlich gut, denke ich. Aber der, ja, muss ich mir noch überlegen. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. Aber ansonsten finde ich vom Look her echt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, und man hat jetzt richtig schön viel Platz. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich hier vielleicht noch einen anderen Fernseher hinstelle, weil den Fernseher hier, der ist wirklich sehr alt und klein und den könnte ich auch gut im Studioraum gebrauchen, um meine Kamera dran anzuschließen. Dann würde ich immer gut sehen, was ich drehe. Je mehr du da siehst, umso besser beim Drehen, obviously. Und hinzu kommt, dass es dadurch ja vielleicht auch bald eine andere Perspektive für den Shisha-Cast gibt, was wir uns heute mal so auch angedacht haben, dass wir vielleicht demnächst hier hinten auf der Couch aufnehmen mit zwei Handmikrofonen. Ja. Dass es einfach so ein bisschen einen anderen Vibe hat, einen bisschen anderen Look, weil das sieht natürlich sehr, sehr nach Stream aus, was wir hier jetzt die ganze Zeit als Cast haben. Natürlich trotzdem cool. Aber ich glaube, so auf der Couch mit zwei Handmikrofonen könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Und haben es auch vorhin mal ausprobiert, wie so halt der allgemeine Look ist. Ja, heute war jetzt ein bisschen sehr spontan, weil als ich hierher gekommen bin, haben wir erstmal wieder eine halbe Stunde oder Stunde gequatscht, wie es halt immer so ist und Vorbereitung und so weiter. Ich glaube, ich war um 13 Uhr hier gewesen. Aber man muss aber auch sagen, also 13 Uhr nicht ganz, aber 13.30 Uhr waren wir, glaube ich, effektiv so oben im Büro. Aber das sind trotzdem anderthalb Stunden bis jetzt gewesen. Wer kam zu spät? Ich habe ewig auf dich gewartet. Seit 10 Uhr sitze ich hier und warte auf Alex. Wahrscheinlich. Also ihr müsst, ich habe geparkt, bin gerade aus dem Auto ausgeschickt. Sorry, stopp, Vorgeschichte. Du hast mich gefragt, nehmen wir dann und dann um 14 Uhr auf. Dann habe ich gesagt, okay, 14 Uhr geht. Dann hast du, also da war ein bisschen Zeit dazwischen, und dann hast du gesagt, nee, geht jetzt nicht mehr. Dann hast du gefragt, Freitag 14 Uhr. Und dann hast du gesagt, 13 Uhr wäre besser. Und da hatte ich mir aber schon Freitag 14 Uhr in meinen Kalender eingetragen. Aber es war trotzdem mein Fehler, weil ich habe den Eintrag, nachdem wir auf WhatsApp besprochen haben, dass wir auf 13 Uhr gehen, habe ich meinen Kalendereintrag nicht mehr auf 14 Uhr gestellt. Und deswegen war ich heute eventuell, ey, es war jetzt auch nicht viel. Ich bin losgefahren, als du gesagt hast, du hast geparkt. Also war ich eine Viertelstunde nachgedacht. Kannst du mir verzeihen, Alex? Ja, gerade so. Zugütig, zugütig. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt aber am Start. Und wie immer haben wir davor halt noch ein bisschen gequatscht. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir uns in letzter Zeit sehr selten so full privat gesehen haben. Das stimmt allerdings. Letztes Mal haben wir uns, glaube ich, wirklich am Sabaton auch gesehen. Meine ich. Stimmt, und der ist fast einen Monat her, haben wir ja nachgeguckt. Eigentlich schon krass. Und das war auch nicht privat. Ja, ja. Es gab so eine Phase, da haben wir literally fünf Tage die Woche abends Mario Kart und Pfeife. Das stimmt. Ich habe übrigens die Switch wieder hier. Also falls du die Tage Bock hast auf Mario Kart und Pfeife, let's go. Und es gibt bestimmt mittlerweile wieder total viele neue Maps, die wir zocken können. Also strecken. Stimmt, da kamen ja neue raus, oder? Ja, true. Also das erste Pack war ja schon raus. Und haben wir, glaube ich, nee, das haben wir auch noch nie zusammengespielt. Doch, das allererste war zusammengespielt, das weiß ich noch. Okay, dann gibt es aber auf jeden Fall noch ein zweites. Ich glaube, das zweite kam aber im August. Also vielleicht gibt es mittlerweile sogar schon das dritte. Das kann sein, ja. Müssen wir mal nachgucken. Gut, auf jeden Fall Studios umgebaut. Ich bin sehr, sehr happy. Jetzt kann man hier deutlich angenehmer chillen, weil der andere Raum war mit, zum Beispiel im Sabaton waren einmal drei Gäste da. Das heißt, wir waren zu viert hier im Büro. Und das war schon geisteskrank full. Ja, das glaube ich. Und wenn ich mir jetzt überlege, hier sitzen zwei und hinten sitzen drei, sind wir schon bei fünf, die ganz entspannt sitzen können. Also auf jeden Fall viel, viel besser. Plus ich kann nicht mehr meine Location leaken, weil das Fenster, also hinter diesem Vorhang wäre eigentlich noch ein Fenster. Das heißt, ich habe auch in dem Raum zwei Fenster. Allerdings sieht man auf keiner der vier Kameraeinstellungen, die ich in diesem Raum habe, das Fenster. Das heißt, ich kann mit den Kameras, die installiert sind, nicht meine Location leaken. Und selbst wenn ich mit meinem Handy aus Versehen aus dem Fenster filmen sollte, sieht man nur ein anderes Bürogebäude, wie es in Deutschland wahrscheinlich hunderttausend Mal existiert. Also für mich ein Vorteil. Das stimmt. Ja. Also können wir nicht sagen, dass dein Büro eigentlich in Berlin ist. Jetzt muss der Basti wieder rausschneiden. Aber weißt du, was nicht so toll ist, was du mir vorhin erzählt hast? Deine Gym-Geschichte momentan. Du hast ja, im Sommer war es ja wirklich so, dass du nicht so viel im Gym warst, sondern sehr, sehr viel auf dem Boot verbracht hast. Sehr viel auf dem Boot, lieber mal Fahrrad gefahren. Genau. Alles, was man im Winter nicht so geil machen kann oder gar nicht machen kann. Also literally, du hast Sport gemacht, aber halt kein Krafttraining in dem Sinne. Genau. Und hast jetzt letztens wieder angefangen, weil Bootsaison ist zu Ende, wieder ins Gym zu gehen. Ripp an die Bootsaison an der Stelle. Sehr, sehr traurig. Ich habe letztens auch mit meinem Papas Boot eingewinnt. Da ist immer ein sehr dunkler und sehr trauriger Tag im Jahr. Ja, das heißt, das ist offiziell vorbei. Und deswegen steige ich jetzt wieder full on in die Gymsache ein. Beziehungsweise auch schon wieder nicht. Ich habe zwei Wehwehchen. Da muss ich mal kurz die Männerkrippe-Beschwerderunde starten. Das ist keine Krippe zum Glück. Das passiert halt auch im Alter, weißt du. Dass man halt so... Sei froh, dass ich dich auf dem Video nicht hauen darf. Obacht nach dem Stream, Junge. Obacht nach dem Cast. Das ist schon Gewohnheit. Auf jeden Fall war ich letztens mit einer Freundin bouldern. Und irgendwie hat seitdem mein linker Ellbogen nicht so Bock. Wenn ich den full on durchstrecke, dann tut das weh. Das fühlt sich sehr unangenehm an. Und gerade wenn da Last drauf kommt, also wenn da jetzt ein Gewicht dranhängen würde und ich versuche zu ziehen, unangenehm. Plus meine rechte Schulter ist ein bisschen am Arsch. Also das ist leider sehr nervig. Ich hatte letztens Push-Day, das heißt Brust, Schulter, Trizeps. Da habe ich Kurzhantel, Schrägbankdrücken mit 20 Kilo Kurzhanteln gemacht. Was für mich eigentlich viel zu wenig ist. Aber sogar da hat es schon so wehgetan, dass es basically nicht ging. Ja, das ist halt super belastend, weil du weißt, du könntest vom Muskel halt viel mehr machen. Das hat den halt auch null gejuckt. Ja, aber dein Körper restriktet halt einfach. Das ist halt... Ja, das war auf jeden Fall Schmutz. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich erst mal ein paar Tage ein bisschen Rest machen. Und dann werde ich wahrscheinlich für Brust und so irgendwie mit Maschinen einsteigen. Also irgendwie die Hammer-Strength bilateral wenigstens. Das heißt, du kannst beide Seiten unterschiedlich loaden. Ja, ist halt jetzt so. Und Ellbogen muss ich halt mal gucken, was der macht. Wenn das nicht in der Woche weg ist oder so von alleine, dann werde ich halt mal zum Arzt gehen müssen. Hoffen wir, nichts Schlimmes. Einfach das Fieder nach einer Woche oder sowas. Ich glaube, das war einfach vom Klettern. Ich würde mein 120 Kilo fast, wenn ich da dran hänge. Ich habe übrigens wieder ein bisschen zugenommen, aber ich habe auch angefangen, Kreatin zu nehmen. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf 117 hoch. Ich war schon auf 115 runter. Also Anfang diesen Jahres war ich auf 137. Dann bin ich runter auf 115. Jetzt nehme ich wieder Kreatin, bin hoch auf 117. Ich warst auf 137 gewesen? Ja. Krass. Das war das Höchste, was ich jemals hatte während Corona. Also das war so das Ende von Corona, ne? Crazy. Ja. Aber wenn ich mir jetzt die Videos von damals angucke, man sieht es. Ja. Krass, ja. Es ist heftig. Ich muss mir darauf achten. So ein richtiges Mondkuchengesicht. Ja. Das war nicht so cool. Aber bei dir war ja auch nicht so cool. Nee, weil ich habe auch den Marv gemacht. Das ist der Beschwerde-Cast. Ja, es ist halt echt. Der Mimimi-Cast. Weil irgendwie, seitdem ich im Sommer, hatte ich ja einmal Corona gehabt. Und seitdem bin ich echt häufig erkältet. Also wirklich einfach so diese typische Erkältungssymptome. Aber also denkst du, es gibt einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht, weil ich war damals, also früher, davor war ich eigentlich so im Jahr einmal wirklich krank. Oder lass es halt einmal wirklich krank und irgendwie noch so eine Erkältung gewesen sein. Was hältst du von der Theorie, dass durch Maske und soziale Restriktionen dein Immunsystem einfach abgebaut hat über die Corona-Zeit und du deswegen jetzt in der Erkältungszeit, der Herbst kommt, es ist kalt, es ist nass und dein Immunsystem ist noch nicht wieder on point. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, also es ist, aber es ist halt wirklich super nervig, weil ich war jetzt wirklich in diesem Jahr, glaube ich, hatte ich drei oder vier Mal eine Erkältung gehabt, was wirklich einfach nur nervig war. Ja. Und halt natürlich fürs Gym auch nicht geil ist, weil du bist wieder voll drin, dann bist du erkältet, dann gehst du wieder so zwei Wochen nicht, weil du merkst, dass es kommt, dann fängst du schon an sozusagen, hm, weiß nicht, ob es jetzt schlau ist zu gehen. Und dann kickst du es trotzdem komplett rein und dann bist du wieder eine Woche weg. Ja, aber ansonsten, Gym läuft eigentlich soweit ganz gut, muss ich sagen. Bin relativ happy, weil ich doch meine Gewichte wenigstens halten kann. Also ich bin auf so einem, auf einem Plateau, aber finde ich für die Zeit, wo ich... Also wenn du viel erkältet warst und so und du das trotzdem halten konntest, ist doch eigentlich wunderbar. Genau, deswegen bin ich eigentlich relativ... Es ist natürlich ein bisschen belastend, weil man will natürlich eigentlich Fortschritte haben, gerade so, aber dafür, das halten zu können mit den ganzen Erkältungen drum und dran, geht eigentlich trotzdem ganz okay, muss ich sagen. Das ist doch schon mal gut. Und du hast gesagt, du kommst jetzt in meinen Gym. Ja, das ist halt... Das steht fest. Das steht nicht fest. Was, das ist fix? Du versprichst mir das hoch und heilig hier in diesem Shisha-Cast? Nein. Mist. Ich versuche das wert. Das Problem ist halt einfach, dass momentan bei uns im Gym, wo ich halt hingehe, super viele Schüler und halt jüngere Menschen sind und es allgemein sehr, sehr voll ist mittlerweile und es macht halt nicht mehr so viel Spaß, muss ich sagen. Das ist halt auch einfach, weil ohne Spaß, ich habe einen Monat lang keine Multipresse gemacht. Normalerweise mache ich Schulterdrücken an der Multipresse. Konnte ich einen Monat lang nicht machen, weil gefühlt jedes Push-Training war irgendjemand da dran. Und das ist halt schon, wenn du überlegst so, ach, die Übung habe ich eigentlich normal im Plan, aber irgendwie habe ich die Ewigkeit nicht mehr gemacht. Könnte ich eigentlich nur wieder machen. Ist irgendwie schon ein bisschen weirdo. Das ist halt bei mir übertrieben geil. Ich gehe ja immer vormittags und fahre dann ins Büro. Also mein Tag ist meistens irgendwie so ein, zwei Stunden ein bisschen Büroarbeit am Laptop zu Hause. Dann mittags ins Gym fahren, meistens so um 11, 12, 13 Uhr, irgendwie je nachdem, wie viel ich halt am Laptop machen muss oder kann. Dann Gym und dann Büro. Und gerade in dieser Uhrzeit zwischen 11 und 13 Uhr ist keine Sau in diesem Fitnessstudio. Ich hatte schon so oft, dass vielleicht maximal ein, zwei oder drei andere Leute im ganzen Gym sind und dann sind das so, weiß nicht, wir sind zu dritt im Gym und dann sind das so zwei Rentner, die vorne den Zirkel machen und ich habe den ganzen Freigewichtbereich hinten für mich. Und das ist halt super entspannt. Und dann so drei Supersätze einbauen und da lasse ich mein Gewicht drauf und mache gleich noch einen Satz und hier gehe ich hin und scheißegal, das ist mein Gym. Das hat mich gestern zum Beispiel, da war ich richtig glücklich, weil ich habe es mal wieder geschafft, mittags zu gehen und da war mir auch nichts los und ich hatte den ganzen Freihandelbereich, es waren zwei Leute noch da, es war einfach entspannt. Ich konnte da meine Supersätze machen, ich konnte da zwei, drei Geräte gleichzeitig belegen, es war richtig schön. Und das ist bei mir fast immer so vormittags. Wenn dann sind noch ein, zwei andere Leute im Freihandelbereich und dann ist es einfach ultra entspannt. So viel auf jeden Fall zu unserer aktuellen Situation. Ich freue mich, dass der Alex bald bei mir im Gym trainiert, hat er eben hoch und heilig versprochen. Ihr seid alle meine Zeugen. Es ist aber in der Vergangenheit noch ein bisschen was passiert, worüber wir reden wollen und das erste wäre das Aeon Summer Smoke. Und bei dem Namen merkt ihr schon, das ist vielleicht ein paar Tage her. Ja, weil ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber bei uns ist es scheiße. Gerade heute ist es absolut ekelhaft, es regnet die ganze Zeit. Die letzten Tage war komplett lost. Es ist ekelhaft. Es ist einfach ekelhaft. Du hast gar keinen Bock überhaupt aufzustehen. Nee, nicht wirklich. Ja. Und im Summer Smoke war das Wetter aber zum Glück gut. Wir hatten noch Angst, weil genau an dem Tag war nicht so ganz klar, ob es trocken bleibt, aber es ist zu 99% trocken geblieben. Man muss sagen, am Ende war es sogar eigentlich perfekt, weil das war ja die Zeit, wo es... Nee, ganz am Ende war Wind. Ja, ganz am Ende war Wind, aber davor muss man ja sagen, Zeitraum, wo das Event stattgefunden hat, das waren ja diese Tage, wo teilweise die Sonne geballert hat mit 40 Grad. Und du weißt, wie es ist. Pfeife rauchen draußen. Es waren ja... Es waren natürlich ein paar Schattenplätze irgendwie bei der Biergarnitur und hinten beim Couch-Bereich. Aber es gab ja auch viele Plätze, die einfach wirklich unter freiem Himmel waren. Und da war dieses bewölkte Wetter mit kann ich, lass es 25 Grad gewesen sein, war einfach super entspannt. Also ich fand das wirklich eigentlich perfekt, muss ich sagen. Und deswegen war das echt ein sehr, sehr cooles Event. Also es war auf jeden Fall tausendmal entspannter mit ein bisschen Wind und Schatten, als wenn uns da die Sonne auf den Kopf geballert hätte wie bekloppt. Und am Ende wurde es halt ein bisschen windig, aber das war eh so gegen Ende und dann hast du langsam zusammengepackt. Aber sehr, sehr cool. Aeon hatte für Essen gesorgt. Es gab einen Wagen mit Döner und so Zeug. Wasserstationen gab es, Kopfbaustationen gab es. Und was bei Kopfbaustationen ziemlich cool war, da stand einfach Tabak. Das heißt, das war nicht wie so ein normales Tasting so. Du kannst da hingehen, kannst ein paar Pfeifen probieren. Das gab es auch. Aber es gab auch eine Kopfbaustation. Leider nicht mit jedem Tabak, der da war. Zum Beispiel Blackburn und so, die haben den Tabak jetzt nicht dahingestellt. Aber du konntest wenigstens zu Blackburn gehen. Ja, immerhin. Und Blackburn hatte, glaube ich, auch noch einen Lounge gehabt, oder? Wenn ich mich nicht irre. So eine Mini-Lounge. Aber ich glaube, das war eher so ein VIP-Ding. Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Ich habe das nur mitbekommen, dass da hinten irgendwie so ein paar Stühle waren. Ich glaube, da waren dann nur so Geschäftspartner und so Großhandel, Einzelhandel, vielleicht ein paar Blogger mal. Aber ich glaube, das war nicht so ein hier kann sich jeder hinsetzen und einen Kopf rauchen mäßig. Aber war trotzdem cool. Und sehr, sehr viele Leute natürlich aus der Shisha-Szene da alle mal getroffen. Entspannt Pfeife geraucht, schön was gegessen. Das ist ja das, was... Der Marc hatte sein Onewheel dabei. Aber hast du am Ende echt gut hinbekommen, muss man ja sagen. Ich bin dann, ich will sowas dann können. Das ist genau wie mit dem Studio umräumen. Ich habe dann diese Stimme in meinem Kopf, und die sagt, mach, 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 mach. Ja, ich bin ja irgendwann bin ich mal rumgelaufen und habe schon gesehen, wie du da am Tor hinten die ganze Zeit mit dem Bonn verzeufelt. Ich bin am Ende selbstständig in die Kurve gefahren. Also, falls du nicht wisst, was wir meinen, das ist praktisch wie ein elektrisches Einrad in kleiner, ohne Sattel. Das heißt, du hast nur ein Rad, an dem zwei Fußgriffe, in den Griff greift man, Fußpedale sind. Wie das Hoverboard bei E.ON nur halt mit einem Rad. Ja, wie diese, wie heißen die? Swagways. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Swagways. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr verrückt das Ding. Super instabil, wenn du stehst, aber wenn du fährst, geht's. Und das haben wir dann halt geübt, geübt, geübt. Und um da ein kurzes Fazit zu ziehen, super geil. Ich hoffe, die machen das wieder. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen. Und es war geil. Einfach mit allen Leuten entspannt Pfeife rauchen, schön auf dem Firmengelände von einer E.ON. War super. Ja, hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist das, was ich an den, wenn es halt immer cool finde, die ganzen Leute zu treffen. Muss ich einfach sagen, so gefühlt jeder, den man so kennt aus der Shisha-Szene oder sehr, sehr viel, die man kennt, ist einfach da auf einem Platz. Ja. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, das kann man ja mittlerweile sagen, da war ja auch die liebe Töpferin, die auch mit euch die Töpfe getöpfert hat. Yes. Und hat das dann nicht, manche haben sogar selber einen Kopf dann gemacht, oder? Du konntest dich vorher bewerben, weil das dauert natürlich und da konnte natürlich nicht jeder einfach mal einen Kopf töpfern. Aber du konntest dich vorher bewerben und so dann einen Slot kriegen zum Köpfe töpfern. Ja. Und das haben auch einige gemacht. Hab ich auch gesehen, was da so rumstammt, das war auf jeden Fall cool. Das finale Video kommt übrigens noch dazu. Ah, kommt es noch ein Video? Weil wir haben, also wir haben die getöpfert, davon gab es ein Video, auf das haben wir im Stream reacted und dann nach der Reaction die Köpfe noch getestet. Und jetzt wird alles nochmal zusammengeschnitten und kommt als finales Video auf YouTube. Ah, okay. Ja, aber Fazit, AEON Event, geil, oder? Ja, war sehr, sehr cool. Fui auch. War ein cooler Tag. Yes. Und jetzt springen wir, wann war das AEON Event? Ende August? War das noch August? Das war August, ja. Jetzt springen wir in den September und im September, nee, warte, eigentlich müssen wir dann erst Swiss Tours machen. Swiss Tours war sogar vor AEON, ne? Das. Ihr seid ja zusammen zu AEON gefahren. Genau, stimmt, dann haben wir es sogar falsch rum jetzt schon gemacht. Genau, weil der liebe Sandro von Swiss Shisha, sowohl YouTube, Insta, TikTok, der war häufiger mal bei mir, weil halt immer irgendwelche Shisha-Sachen bei mir in der Nähe waren. Ich komme ja aus Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt und deswegen hat sich das sehr oft angeboten, dass der Sandro halt zu mir kommt und wir dann zusammen auf diese Events gehen, auf die Messe gehen, was halt immer so anstand, ne? Und jedes Mal hat der Sandro gesagt, du musst doch mal zu mir in die Schweiz kommen. Du musst doch mal in die Schweiz kommen. So ungefähr. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, machen wir. Aber wir haben es nie gemacht. Und dann war ich irgendwann so, okay, fuck it, was geht nächste Woche? Ich komme zu dir in die Schweiz, wir machen uns ein paar schöne Tage in die Schweiz und dann fahren wir zusammen nach Frankfurt zum AEON-Event. Und der Sandro so, ja, okay. Und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich tatsächlich nach dem Streamen, Sonntagnachts, ich wollte eigentlich Montag bis Freitag wollten wir zum Sandro, Freitag wollten wir zu mir fahren, damit wir Samstag zu AEON können. Und dann habe ich aber gedacht, na, wenn ich jetzt Montagvormittag im Berufsverkehr fahre, ist ja scheiße. Ich frage einen Sandro, der ist auch immer lange wach, ne, der hat ja genauso einen abgefuckten Schlafrhythmus wie... Ich weiß gar nicht, hättest du deinen Schlafrhythmus jetzt krass geändert? Schon, muss ich sagen. Schon. Also ein bisschen früher mittlerweile gehe ich ins Bett. Ja. Also jetzt die... Nicht mehr um 4 Uhr nachts. Ne, nicht. Also jetzt gestern und die nächsten Tage wird es wieder 4 Uhr nachts, weil momentan die Worlds sind von League of Legends. Also League of Legends sozusagen Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft, genau. Und da, die gucke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Die fangen halt erst um 10, 11 Uhr an. Deswegen da wird es dann immer ein bisschen länger, weil normalerweise hat sich mein Schlafrhythmus doch wieder ein bisschen gefangen, muss ich sagen. Und dann sehe ich trotzdem wieder um 2 Uhr nachts, dass der Alex sich jetzt einen guten Nachtkopf anmacht. Weiß nicht, was du meinst. Weiß nicht, was du meinst. Was? Oder was? Ja, und deswegen bin ich halt Sonntagnachts gefahren und ich glaube, ich habe bis 10 dann nur gestreamt, weil ich ja dann noch viereinhalb Stunden Fahrt vor mir hatte. Sandro wohnt in der Nähe von Winterthur. Ich glaube, genau so sagt er das auch selbst. Dann kann ich das auch so sagen, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt ist raus. Sandro wohnt in der Nähe von Winterthur und das sind von mir so viereinhalb Stunden, aber ich bin sehr zügig und sehr gut durchgekommen. Die Autobahnen waren komplett leer. Ich war gut gelaunt. Ich habe mir noch eine Mate eingepackt und bin dann so mit Tempomat 160. Hör auf, meine Mate zu haten. Ich finde es lecker. Nur weil es dir nicht gefällt, musst du es nicht haten. Ja? Du Hipster. Ja. Hipster, Marf. Jeder weiß. Und bin dann schön mit meiner Mate in die Schweiz runtergelöst. Dann haben wir noch ein Gute-Nacht-Köpfchen geraucht und dann sind wir schlafen gegangen. Und da bin ich am Montag in der wunderschönen Schweiz aufgewacht. Und das ist wirklich ein Träumchen. Also Sandro hat echt ein süßes Häuschen mit seiner Freundin zusammen. Schöne Aussicht. Die Luft ist schon Hammer. So leicht an einem Hang. Also wir würden sagen so was wie Mount Everest. Die Schweizer sagen und das ist jetzt no joke. Der Sandro hat es genauso gesagt. Bodenwelle. Digga. Was? Bodenwelle? Bodenwelle. Ja, so ein kleiner Hubbel. Für uns, gerade hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet ist ja ein krasses Plateau. Ja. So wir müssen erstmal vorneweg eine halbe Stunde fahren, bevor wir überhaupt etwas sehen, was einem Berg nahe kommt. Die Schweizer würden drüber lachen. Und wir müssen entweder zum Feldberg fahren Ja, Feldberg ist eigentlich so ein Taunus. Das ist so eine Dreiviertelstunde. Ja, halbe, Dreiviertelstunde. Halbe, Dreiviertelstunde. Dann bist du so Richtung Feldberg. Das ist das erste Mal, dass wir Berge sehen. Vorher ist bei uns nichts. Hier ist alles flach. Ja, und deswegen das ist so ein kleiner Kulturschock dann. Aber sehr, sehr schöne Gegend. Sehr süßes Haus. Zwei zuckersüße Katzen. Malibu und Mojito. Och, ich hätte sie am liebsten eingepackt. Gerade Malibu. So süß. Mojito musst du ein bisschen aufpassen. Warum? Wenn du den überforderst, dann fickt der dich. Es gibt so einen Punkt. Mojito kommt zu dir. Super süß. Du kraulst ihn so ein bisschen. Und dann ein falscher Move. Und die Katze ist triggert. Die Katze ist krank triggert. Zerfetzt dich. Musst du wirklich aufpassen. Sandro hat mir dann so seine Arme gezeigt. So basically fünf Fleischwunden an verschiedenen Stellen. Ach krass. Katzer bis auf den Knochen runter. Bisschen übertrieben. Aber bei Mojito musst du ein bisschen Obacht. Malibu, der verpisst dich dann einfach. Der kommt so, kraul mich, dann kraulst du ihn und der schnurrt süß und irgendwann steht er auf und geht weg. So ein Classic Katze halt. Genau. Aber super süß. Und Malibu, ich habe einen Tag vor Abfahrt habe ich mein Auto aufgeräumt und das stand vorm Haus und die können sich halt komplett frei bewegen. Die können rein und raus, wann sie wollen. Und dann kam Malibu einfach zu mir und ist zu mir ins Auto gesprungen. Und der hat sich einfach mal so den Innenraum von meinem Auto anguckt und ich hätte im Moment eigentlich die Tür zumachen können, hätte ich am nächsten Tag mitgenommen. Problem war aber, dass Sandro ja mit mir nach Frankfurt gefahren ist. Das heißt, es wäre aufgefallen. Sehr schwierig. Und die Katze im Kofferraum verstecken, es hätte nicht funktioniert. Nee, glaube ich auch nicht. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe meine E-Skates eingepackt und dann sind wir auf Sandros Privatwegen in der Schweiz E-Skate gefahren. Das war auch sehr, sehr geil. Das stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Ich greife an so ein bisschen Berg und Tal. Ich habe mal, das war das erste Mal, dass ich die Steigungsfähigkeit von den E-Skates testen konnte. Aber es ist geil, weil du stehst auf einem Skateboard und du fährst einfach so einen Berg hoch. Ja, ist schon cool. Zugegeben dann relativ langsam. Das waren dann nur so 15 kmh. Mehr schaffst du dann nicht. Selbst das ist ja völlig im Rahmen. Und tatsächlich auch ein komplett ungewohntes Problem mit den E-Skates. Wenn du bei Sandro anfängst und den Berg runterfährst, aber dein E-Skate vollgeladen ist, dann sagt das irgendwann so, ey, jetzt ist mal Pause, weil der Akku ja nicht voller als voll sein kann. Und die haben ja regenerative Bremsen. Und das heißt, wenn du runterfährst und dauerhaft die Bremse hast, dann lädt das Ding. Und irgendwann sagt der halt so, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Pause. Und dann musst du wirklich erst gezielt den Berg ein bisschen hochfahren, damit du Akku verbrauchst, damit du dann wieder Akku aufladen kannst beim Berg runterfahren. Ja, das war sehr cool. Die E-Skate-Touren. Dann waren wir einen Tag in Zürich. Wirklich sehr schöne Stadt. Haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Ich habe Schokolade eingekauft für Mama und Oma und auch für mich. Wir sind Tretboot gefahren und im Zürichsee geschwommen, was auch extrem nice war. Wir waren schön essen. Und tatsächlich super interessant. Es ist jetzt gar nicht nur auf Zürich bezogen, aber in der Schweiz gibt es super viele Brunnen. Weil, das ist wirklich no joke jetzt, die Schweizer setzen sich gerne einfach mal in den Brunnen. Ernsthaft? Also ist das so ein Ding? Das ist ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Du fährst durch ein kleines Dorf, da ist ein Brunnen, da sitzen einfach zwei Männer drin. Drinnen? Drinnen, im Brunnen. Wirklich so, was du als Kind gerne machen würdest und in Deutschland so, du darfst dich nicht in den Brunnen, nee, jetzt haben wir die Schweizer. Du darfst dich nicht in den Brunnen setzen, Kind. Das ist in der Schweiz so. Gehen wir mal in den Brunnen. Ach krass. Ja. Machen wir einen Schwung? Das Schwung killt mich auch jedes Mal. Lecki, lecki. Wenn in der Schweiz was gut schmeckt, sagen sie lecki, lecki. Aber wirklich, das ist ein Ding. Also erstens, du kannst aus jedem Brunnen trinken. Also solltest wahrscheinlich nicht das Wasser im Brunnen trinken, weil die Chance, dass da ein Mann drinne war, also ein Mensch drinne war, ist relativ hoch. Aber du kannst das Wasser, was da so reinläuft, kannst du immer trinken. Also es gibt Brunnen, da kannst du es nicht trinken, aber dann steht es dran. Kein Trinkwasser. Und wenn nichts dran steht, kannst du es immer trinken. Und das war für mich übel geil, weil du läufst so rum, hast so eine halbe Liter Flasche, trinkst sie so weg, gehst an den Brunnen, füllst sie wieder auf, trinkst sie wieder weg, läufst weiter durch die Gegend, legst an den Brunnen, füllst sie wieder auf. Das ist super geil. Krass. Das ist super geil. Aber ich muss auch allgemein sagen, ich war ja auch schon zweimal in der Schweiz gewesen. Ich finde einfach das Land auch super schön. Also es ist halt winzig, aber ich finde einfach so alles. Also die Leute sind super lieb, die Landschaft und alles ist super schön. Die Preise sind super günstig. Na, darüber wollen wir jetzt lieber nicht reden. Es geht. Es geht. Es gibt Sachen, also mein Papa hat mir zum Beispiel erzählt, wir waren damals im Supermarkt und wir haben nur ein bisschen Wurst und Brot gekauft und haben 80 Franken bezahlt. Und ich war so, holy shit, das wird der teuerste Urlaub in meinem Leben für fünf Tage Schweiz. Ja. Supermarkt geht. Wenn du ein bisschen guckst, was du kaufst, ist es akzeptabel. Also ich habe gemerkt, als wir in Restaurants waren, war es halt ganz... Und genau das ist das schlimmste Beispiel. Gastronomie, weil in der Schweiz, was war es nochmal? Ich glaube, Mindestlohn verdienst du irgendwie 3.500 Euro oder so. Also Franken dementsprechend. Und das muss natürlich bezahlt werden. Und dementsprechend sind auch die Preise in Restaurants. Wenn jeder Kellner 3.500 Tacken verdient, muss er irgendwo herkommen. Da sind mir auf jeden Fall die Augen ausgefallen, als wir in der Schweiz im Restaurant waren. Das war wirklich... Ja. Ich habe Sandro und seine Freundin eingeladen. Wir waren am letzten Abend, haben wir nochmal schön essen. Also was heißt schön essen? Es war ein stinknormales Restaurant. Ein ganz normales Dorfrestaurant. Also jetzt nicht irgendwie in einer großen Stadt, ein fancy Restaurant. und wir hatten alle eine Hauptspeise und ich glaube teilweise noch eine Vorspeise und ein Getränk. 180 Schweizer Franken für einen ganz normalen Restaurantbesuch. Ganz, also wirklich so basic, wie es nur geht. Alter. Und dann, dann bietet mir der Penner, also es war ein sehr netter Kellner, aber die Geschichte ist, also es ist wahrscheinlich einfach nur ein Kulturding, bietet der mir einen Nachbrenner an. Wie sagt man das? Er ist so ein... Ja, ja, ja. Verdauerli. Ja, genau. Also hast du ja in Deutschland auch oft. Das ist einfach so. Aber in Deutschland bezahlst du den nicht. Nee. Das ist eine nette Geste. Der Bastard hat mir sechs Euro, sechs Schweizer Franken auf die Rechnung geschrieben. Und ich weiß nicht, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich für den einen Schluck nicht sechs Euro bezahlt. Franken. Wenn ich Euro sage, stellt euch einfach vor, es sind Franken. Ich weiß, in der Schweiz sind Franken. Nee, nee, in Deutschland ist es ja eigentlich so, so vom Haus aus. Ja, genau. Weil so, ach, schön, dass ihr da wart. Es hat euch geschmeckt. Hätten sie gerne noch einen Schnäpschen. Ja. Würde ich nur nehmen nach dem Essen. Der Bastard hat mir sechs Schweizer Franken abgenommen. Ja, wohl manchmal wenn du als Deutscher in diesem Restaurant bist, der fragt ja da, willst du noch einen Schnaps? Und du so, ja. Und dann stehen da sechs Schweizer Franken. Aber man muss dazu sagen, dass in Deutschland ist es auch häufig so eigentlich, dass du den Schnaps dann erst nach der Rechnung bekommst. Also du weißt ja dann zu 100 Prozent, dass der nicht berechnet wird. Das ist ja wirklich so, du bezahlst die Rechnung. Ja. Und irgendwie erbriert. Oder dazu kommt der. Genau, ja. Ja. Nee, in der Schweiz bezahlt man das wohl, habe ich gelernt. Wir haben aber noch mehr gemacht. Wir haben, also es war auch, es war größtenteils wirklich einfach nur ein cooler Trip zu einem Kumpel. Aber wir haben auch einmal bei mir gestreamt, einmal bei Sandro gestreamt und wir haben ein Video für Sandros Kanal aufgenommen und ein Video für meinen Kanal. Die sind sogar schon hochgeladen. Die sind auch schon hochgeladen. Ja, schon ein paar Tage. Die Videos kamen deutlich pünktlicher als die Geschichte im Shisha-Cast. Aber bei Sandro haben wir gedreht blind Setups erraten. Genau, ja. Kamin, HMD und Alufolie. Und bei mir haben wir gedreht Pfeifen blind zusammenbauen. Breeze, Aeon und Pro X3. Ja, und es gab auch eine Bestrafung. Der Verlierer musste eine, ich glaube, 1,5 Millionen Skouville Chili fressen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und nicht wisst, wer es ist. Ich werde es jetzt hier nicht spoilern. Guckt euch gerne die Videos an. Oder werde ich mir die Videos wohl mal reinziehen, weil ich hoffe, Du meinst, du hast die Videos bereits natürlich komplett angeschaut, geliked, abonniert und dich sehr daran erfreut? Genau. Dachte ich mir doch. Was in der Schweiz natürlich auch nicht fehlen darf, sind schöne Bergtouren. Und die haben wir auch gemacht. Ein kleiner Berg bei Sandro in der Nähe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Nee, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist einfach Sandrosberg. Sandrosberg. So heißt der offiziell jetzt. Wir waren in der Räshütte, also in der Käsehütte. Dann habe ich mir ein bisschen Schweizer Räshütte eingekauft. Und der war übrigens sehr gut. Und ich bin normal gar kein Käsemensch. Echt? Du bist kein? Nee, so geriebener Käse zum Überbacken. Geil. Aber einfach so Käse auf dem Brot juckt mich nicht so krass. Ach krass, okay. Also da würde ich mir lieber ein Stück Krustenbraten drauflegen oder so. Ja, ist so. Wir haben den Shisha-König besucht. Das war auch sehr, sehr cool. Wir waren auf dem Heimweg noch beim Rheinfall. Also kein Rheinfall, sondern der Rhein fällt. Aber ganz kurz zu Shisha-König. Ja. Wie war so dein Eindruck so von Shisha-Szern? man kommt bei Sandtrum ein bisschen mit, aber jetzt sagen wir für die ganze Shisha-Kaste. Wie war dein Eindruck so von der Shisha-Welt in der Schweiz? So Preise, Sortiment, etc.? Szene, sehr, sehr klein. Sortiment, auch kleiner, aber für die kleinere Auswahl eigentlich ganz okay. Also es gab Darkseid, es gab Must-Have, es gab Daft. Es gibt die wichtigsten Virginia-Sorten, würde ich sagen. Also du kommst schon klar. Preise sind, ich sag mal so roundabout um die 40 Schweizer Franken für 200 Gramm Tabak. Ja, du schnaufst jetzt so, aber die Schweizer verdienen auch ungefähr doppelt so viel. Also kannst du sagen, ist das wie wenn hier eine Dose 20 Euro kostet, also so wie aktuell der günstigere Tabak so ist. Und das finde ich eigentlich okay. Plus es gibt kein TPD. Das heißt, die Sorten sind auch noch teilweise geiler. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Plus in der Schweiz ist Rabatt auf Tabak nicht verboten. Was? Ja, Swiss 5, glaube ich, funktioniert bei Shisha-König und das geht auch auf Tabak. Also falls wir Schweizer Zuhörer haben und ihr bei Shisha-König bestellt, Swiss 5 funktioniert bei Shisha-König. Crazy. Ja. Also kleinere Szene, bisschen weniger Auswahl, trotzdem coole Szene und auch ganz gute Auswahl. Natürlich teurer als bei uns, aber dem Mehrverdienst der Schweizer relativ gut angepasst. Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, will ich die Preise aus der Schweiz und das Sortiment aus der Schweiz oder will ich die deutsche Situation mit 25 Gramm und Co., wie es in Zukunft sein wird, würde ich den Schweizer Markt nehmen. Unter Betrachtung der 25 Gramm würde ich auch die Schweizer Version nennen. Also klar, dann sind es halt 40 Euro roundabout auch für 200 Gramm, aber dafür kein TPD, dafür nicht die kleinen Scheißpackungen, nicht der ganze Dreck und der ganze Aufwand. Ja, würde ich machen. Und dann die zwei coolsten Sachen für mich waren einmal der Santis. Das ist ein sehr großer, hoher Berg. Da sind wir dann hingefahren und dann mit der Gondel hoch und sind da oben ein bisschen rumgelaufen. Ey, als Rhein-Main-Gebiet-Kind, ich hatte oben kurz Schnappatmung. Also es war gar nicht so hoch. Ich glaube, irgendwas zwischen 2.000, 3.000 Meter. Aber wir sind oben aus dieser Gondel raus, sind so ein paar Treppen hochgelaufen und ich habe erst mal eine Sekunde schnaufen müssen. Das habe ich aber auch gemerkt. Früher war ich mit meiner Familie super häufig auch in Österreich, so Österreich-Schweiz da hinten gewesen. Auch immer in einem Motel, was für uns relativ weit oben lag. Und ich habe dann da Sport gemacht, also bin irgendwie Mountainbike gefahren oder bin joggen gegangen und so weiter. Das ist was ganz anderes. Krank, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das so einen Unterschied macht. Weißt du, wir fahren da hoch und ich hüpfte aus der Gondel und sprinte ein paar Treppen hoch und so, jo, meine Ausdauer ist jetzt nicht die krasseste, aber ich musste wirklich kurz stehen bleiben und ganz bewusst atmen, um wieder Sauerstoff zu tanken. Also es war schon weird, sehr, sehr weird. Aber die Aussicht war natürlich der Hammer. Dann gab es da oben ein kleines Restaurant, dann habe ich mir noch eine Gäseplatte bestellt. Dann haben wir noch einen kurzen IHL-Livestream gestartet. Das war auch geil. Und ja, war sehr, sehr, sehr cool. Haben noch ein paar schöne Fotos gemacht. Und dann, dass die coolste Unternehmung war, direkt nach dem Santis sind wir noch weitergefahren an den Greschtersee. Weil ich wollte, es gibt verschiedene Sachen, die man in der Schweiz einfach gemacht haben muss. Man muss auf jeden Fall Käse holen, man muss auf jeden Fall Schokolade holen, man muss auf jeden Fall ein paar coole Städte sehen und natürlich auf einen geilen Berg und in einen geilen Bergsee. Das sind die Big Five von der Schweiz. Also Schokolade und Käse kann ich zu 100% nachschreiben, das habe ich mich auch jedes Mal gemacht. Und Berg und Bergsee nicht? Da war ich da nicht. Du warst in der Schweiz, aber nicht auf einem Berg und nicht an einem Bergsee? Nee, wir waren geschäftlich da gewesen. Ah, okay, okay. Dann zählt es ja nicht. Das sind ja die Big Five für den Urlaub. Ja, genau. Also wir waren geschäftlich da und da haben wir kurz vor Rückfahrt haben wir dann noch Käse. Der Bisschen ist mehr in dem Schweiz drin. Käse und Schokolade, genau. Bist wieder die Millionen rüber aufs andere Konto. Ja, ja, Business, Business. Wichtig. Ich habe es aber geschafft. Wir waren an einem See und zwar an dem Greschtersee. Und das ist, boah, das war so geil. Wir sind erst mal relativ lange vom Santis dann gefahren und dann noch mal bestimmt gut eine Dreiviertelstunde, Stunde gelaufen und dann waren wir an dem See wunderschön. Glas, klares Wasser, die Berge im Hintergrund und es war einfach absolut killer. Es war absolut wunderschön. Dann haben wir da, wir haben am Abend vorher gepackt, weil wir so früh los mussten und Sandro dachte, ich hätte die Köpfe eingepackt und ich dachte, Sandro hätte die Köpfe eingepackt und dann wollten wir uns da eine Pfeife anmachen und dann war Sandro so, wo sind denn die Köpfe? Und ich so, ja, wo sind denn die Köpfe, Sandro? Ja, turns out, wir hatten keine dabei. Dann ist Sandro losgegangen zu irgendeinem nächsten Kiosk, hat uns eine Wassermelone geholt und hat der Sandro, unser Shisha-McGyver, hat aus der Wassermelone gerade zwei Köpfe gebaut, weil hätten wir da keine schönen Shisha-Bilder gemacht, wäre das wirklich sehr, 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 sehr traurig gewesen. Haben wir dann aber gemacht und war geil. Ja, da waren auch sehr, sehr schöne Bilder dabei. Ja, und dann sind wir heimgefahren, noch am Rheinfall vorbei, haben uns das noch angeguckt und dann war am nächsten Tag das Aeon-Event. Erst wahrscheinlich noch mal Stau. Stimmt, Vollsperrung auf der Autobahn. Da waren, also nicht wir, wir würden sowas niemals machen, aber da waren andere Leute, auch zwei Jungs, die zufällig auch in diesem Stau standen und zufällig auch E-Skates dabei hatten. Ach krass. Ja, ich weiß, zufällig kann man eigentlich gar nicht glauben, aber so war das, wirklich. Und die sind dann auf der Autobahn noch mit den E-Skates rumgeballert. Was? Also würde ich auch gerne von mir behaupten können, dass ich mal mit meinem E-Skate über die Autobahn geballert bin. Aber würdest du es ja niemals machen? Nein, ich würde mich das nicht trauen. Ich würde mich das nicht trauen. Ich würde das dann auch nicht im Shisha-Cast erzählen. Nee, auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall. Aber die zwei Jungs haben das gemacht und die sind dann über die Autobahn mit den E-Skates geballert. Das muss doch schon auch ein richtig geiles Gefühl sein, oder? Das stelle ich mir auch. Also ich weiß ja nicht, wie es ist, aber wenn ich mir das so vorstelle, und das habe ich natürlich in der Situation gemacht, das muss schon ziemlich geil sein, ja. Die konnten dann bestimmt auch so ein bisschen erkunden, wie weit das Steuers sind und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit die gefahren sind. Ich habe ja obviously nicht gesehen, wie weit die gefahren sind. Hätte es ja sein können, dass du siehst, so wie weit die dann... irgendwann waren die natürlich aus meinem Sichtfeld, der brav im Auto sitzen geblieben ist, verschwunden. Ah, okay. Hätte es sein können, dass du ausgestiegen bist, um zu gucken, wie weit die fahren waren. Nein, auf der Autobahn noch nicht, Alex. Ja, stimmt auch. Weißt ja auch nicht, wann es weitergeht. Ja. Aber das war bestimmt cool für die Jungs. Ja. Und dann war das Aeon-Event und das war cool für uns. Ja. Und danach machen wir jetzt den nächsten Zeitsprung. Also wir waren jetzt... Ende August war ich in der Schweiz. Ganz am Ende vom August war Aeon und jetzt springen wir in den September und da war die Inter Tabak. Genau. Die Shisha-Messe, die aber allerdings nur B2B ist, keine B2C-Messe, also nicht wie in Frankfurt, dass da einfach hier hin kann, sondern brauchst einen Gewerbeschein, dass du reinkommst. Das heißt natürlich, dass auch ein bisschen weniger los war auf jeden Fall. Ein bisschen. Das ist eine absolute Untertreibung. Die Inter Tabak ist super entspannt und die Shisha-Messe Frankfurt ist im Gegensatz eine Vollkatastrophe von der Menge her. Aber man muss dazu sagen, dass die Inter Tabak natürlich auch viel, viel größer ist als allgemeine Messe, weil es gibt da wirklich alles, was Rauchbedarf angeht. Also du hast da Hallen mit Zigarren, Zigaretten, verschiedene Kioske, die da ihre Sachen haben mit Großhändlern zu reden und so weiter und so weiter. Und es gab im Endeffekt so, ich würde sagen, eineinhalb Hallen für Shisha. Also man hatte eine Halle, da waren so vereinzelte Hersteller drin gewesen. Zum Beispiel Ian war da drin. Ich weiß nicht, da war noch dieser indische Hersteller war da noch drin. Kai? Nee, 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 nicht Kai, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, die waren aber auch auf der Shisha-Messe in Frankfurt. Revoschi war auch noch in der Halle? Genau, Revoschi war noch. Also es war ein bisschen vereinzelter und dann gab es noch eine Halle, wo nur Shisha-Stuff da war. Deswegen da habe ich mich auf jeden Fall am meisten aufgehalten. Ich bin zwar auch ein, zwei Mal ein bisschen rumgelaufen, was ich danach bereut habe, muss ich ehrlich sagen, weil allein durch dieses, ich laufe mal durch die Zigarrenhalle, meine Klamotten haben danach gestunken, wie sonst, es war geisteskrank. Ich bin rein Interesse halber auch noch mal in die Vape-Hallen gelaufen und ich habe es kotzen gekriegt. Alles voll mit Drecks ein-Vapes. Alles voll mit der Scheiße. Ich vape ja nebenbei mit so einer kleinen, wiederbefüllbaren, wiederaufladbaren, wenn ich gerade keine Pfeife rauchen kann oder am Autofahren bin oder so, aber trotzdem Bock auf ein bisschen Nikotine habe. Ich bin rein Interesse halber mal in die Vape-Hallen gelaufen. Ich wollte einmal durchlaufen, einmal gucken. Alles voll mit den Scheißeinweg-Vapes zum Kotzen. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Vor allem, die haben die ja auch irgendwann hinterher geschmissen teilweise. Echt? Ja. Ich habe keine hinterher geschmissen bekommen, aber war auch egal. Ich wollte auch keine Hand. Ich bin da durchgelaufen, du hast an gefühlt jedem zweiten Stand hast du die Dinge da in der Hand gedrückt bekommen. Was ich dabei wenigstens halbwegs okay fand, war, dass 11 Bar haben an verschiedenen Points einfach so Container hingestellt, wo die extra entsorgt werden konnten. Das fand ich wenigstens okay. Ja, besser jetzt gar nicht. Aber was, was ein ganz... Da ist aber auch die Frage, wie die dann weiter damit vorgehen. Natürlich, natürlich. Aber so vom Grundaspekt her fand ich das gar nicht mal so schlecht. Wie du schon sagst, ansonsten war, es waren wirklich 90 Prozent waren diese Einweg-Dinger. Aber ich bin da halt auch durchgelaufen, also es war morgens, bevor ich überhaupt in die Shisha-Halle gegangen bin, sondern einfach mal, bevor ich in die Shisha-Halle gehe, da Pfeife rauche, mich da aufhalte, einmal kurz durchlaufen, ein bisschen angucken und ich laufe da durch. Auf einmal ruft hinter mir jemand so, so Alex. Und ich denke so, hä? Als ob mich hier jemand kennen sollte. Das ist so kein Mensch, also in der Vape-Szene ist da so gar nicht mein Platz. Da hat mich ein netter Mann von der X-Trade GmbH angesprochen. Ist anscheinend ein Großhändler für hier Vape, Vape-Zubehör und so weiter, der hier in meiner Schaff sitzt und der, und der, wenn der, der guckt uns beide oder verfolgt uns beide, weil der auch hin und wieder Fragen zu Shisha bekommt und da guckt er uns unseren Content an. Geil. Das fand ich sehr, sehr cool. Schön zu hören. Und da habe ich mit dem ein bisschen gequatscht. Ja, das war echt so ein richtig cooles Erlebnis gewesen. Das ist stark. Man muss sagen, wir haben uns nicht auf der Intertabak gesehen, weil ich war direkt, also Intertabak war Donnerstag, Freitag, Samstag, nicht Sonntag. Macht aber auch Sinn, weil, wie gesagt, ist B2B, also ist unter der Woche eigentlich attraktiver als Wochenende. Ich war Donnerstag da und du warst erst Freitag, Samstag da. Freitag, Samstag da, genau. Also wir waren leider an unterschiedlichen Tagen, aber so können wir euch von allen Tagen berichten, die sich übrigens gar nicht unterschieden haben. Nee. Ja. Aber ja, Intertabak war cool. Also Intertabak ist halt so, in Frankfurt, bei mir dieses Jahr war es so, dass ich gar nicht so richtig selbst auf der Messe war, weil ich habe eigentlich nur mit Leuten geredet, die auf der Messe waren, was auch super cool war. Aber Frankfurt Shisha-Messe ist für mich nicht mehr so ein, ich gehe auf die Messe und gucke mir da einfach alles an, sondern es ist mehr so ein, ich treffe mich mit ganz vielen verschiedenen Leuten und quatsch mit denen und Fotos machen und so, was auch übel geil ist, aber es ist halt nicht so dieses Full-on-Messe-Ding. Und auf der Intertabak geht das halt. Das stimmt. Und dann kannst du mal zu einen Ständen hingehen, kannst du mal wirklich ausprobieren. Also gut, manche Stände haben gar nichts zum Ausprobieren, aber manche schon. Also für Endkonsumenten ist es auch eigentlich langweilig, also muss man auch. Nee, also für Endkonsumenten ist es wirklich jetzt nicht so das Ding, also da ist wirklich Frankfurt um einiges interessanter. Aber allein so dieser, dieser Faktor, dass man wirklich auf die Messe gegangen ist, du hast bis an den Stand gegangen, hast dich mit den Leuten gequatscht, hast eine Pfeife vielleicht noch geraucht, hast wirklich Zeit, um Leuten mal zu reden. Käppchen getrunken. Ja, das war super entspannt gewesen. Also du konntest dich wirklich mal wieder zu den Herstellern hinsetzen und die mal so ein bisschen ausquetschen, was kommt so, was geht so, wie läuft's und so. Und das war halt in Frankfurt gar nicht drin, dass du da entspannt mal mit, sag ich mal, zehn verschiedenen Herstellern reden konntest. Aber direkt an den Punkt angeknüpft, hast du irgendwas Interessantes, irgendwas Neues gesehen? Ich hab den neuen Holster zum ersten Mal probiert, ich weiß gerade gar nicht, Eisfinger, oder? Ja, Eisfinger, stimmt, ja. Da hatten mich vorher schon viele Leute gefragt, aber ich hatte den noch nicht, hab mir den noch nicht geholt, angekommen und den hab ich dann auf der Messe probiert und der ist auch gut, aber der ist sehr bitter und herb und ich hätte bei einem Eis eher gedacht, dass es süßer ist und ich würde den auch auf jeden Fall mit irgendwas Süßem noch mischen. Ja. Aber dann find ich den gut. Ja, für mich hat der so so ein Vibe von Papa Luma, muss ich sagen. Ja, ja, schon so ein bisschen, safe. Also als ich den geraucht hab, hab ich direkt an Papa Luma gedacht, aber an sich eine gute Sorte. Also gerade für den Sommer, denk ich mal, ist das wirklich so eine To-Go-Sorte, wenn da noch ein bisschen was Süßeres dazu mischt. Ja. Kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Ja, aber ich würde auf jeden Fall was Süßes dazu mischen. Also für mich ist es eher ein Mix-Tabak, kein Kur-Tabak. Ja, seh ich auch so. Aber fand ich auch gut. Und ja, Inter-Tabak dementsprechend halt sehr, sehr schön. Bei mir ist immer Ritual, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, danach Big Boos Burger. Nee, Weil Inter-Tabak ist in Dortmund und wenn ich in Dortmund bin, dann einmal zu JP und einen schönen Burger wegfetzen. Nee, wir sind am Freitagabend, hab ich mich an die Ehen-Jungs drangehängt, eine Bar gegangen. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie die Bar heißt. War aber an sich ganz entspannt, weil die Blackburn-Jungs haben ihre Pfeifen mitgenommen gehabt und ihre Setups und so weiter und da haben wir da dann noch ein entspanntes Köpfchen geraucht. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, würde ich sagen. Das klingt sehr, sehr nice. Ja. Was ich noch sagen kann, weil ich hab den Eugen von hier Nasch, Burn und so weiter ein bisschen ausgequetscht, dass da auf jeden Fall noch einiges kommt. Ja. Ich darf sogar schon eine Sorte leaken. Wir haben beide letztens im Stream geleakt, also hau gerne beide raus. Beide? Ich hab nur eine gerade im Kopf. Ich hab zwei im Kopf. Achso, und auf die eine komme ich auch gerade. Ich weiß nicht mehr, wie die war. Von Nasch kommt nämlich Kiwi mit... Kiwi. Kiwi bin ich mir halt... Dann weißt du was anderes als ich. Kiwi mit... Also ich weiß von zwei Naschsorten, die kommen. Achso, okay. Das ist einmal der Lipton Green. Ja. Also ein... Der Lipton Green Tea, ne? So ein Eistee, aber halt diese Green Variante davon und Campino. Campino? Ja, die Campino Bonbons. Also so wahrscheinlich so Richtung Erdbeersahne mäßig. Da bin ich sehr gespannt. Nee, es kommt noch so ein ganz, ganz wirder. Kiwi mit... Ich weiß noch einen. Du weißt noch einen? Ja, Traube. Stimmt, Traube, ja. Traube kommt auch noch. Doch, das hat... Und der Traube ist der erste Dark Blend Traube, der mal wirklich nach einem Traube Minze schmeckt. Ja, das stimmt. Das hat mir... Ich weiß nicht, ob das Eugen erzählt hat oder der... Na, Aaron. Einer von beiden hat gemeint, dass du den echt gut fandest. Ey, ich hab den schon auf einem Tasting in der Blubber Bar Anfang des Sommers probiert und da war ich schon hin und weg. Da waren noch Nick und Gary mit mir unterwegs. Wir fanden den alle geil. Sowohl den Green Tea haben wir probiert, Killer, als auch den Traube, Killer. Ja, es kommt auf jeden Fall noch ein Kiwi mit irgendwas Floralem. Okay. Ich komm grad nicht drauf. Es ist nicht Zitronengras, irgendwas anderes. Was aber anscheinend... Also, Eugen meinte ein sehr, sehr geiler Tabak. Also, er findet ihn sehr, sehr gut. Müsste ich nochmal in mein YouTube-Video gucken, weil da hab ich mit dem Interview geführt. Da muss ich mal... Da hat er es auf jeden Fall erzählt. In dein... In dein was? Achso, ja. Ich hab einen YouTube-Kanal. Ja, das haben wir, glaube ich, ziemlich noch nie im Cast erzählt. Nee, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ja, ich hab... Musst du mal Werbung machen. Ja, ich hab einen YouTube-Kanal, also auch auf YouTube directly. Directly YouTube Germany. Directly YouTube Germany. Nein, sag dir mal den richtigen Namen, bevor jetzt jemand... Nee, es ist wirklich directly einfach. Aber ich wollte nicht, dass du jetzt jemand wirklich directly YouTube Germany suchst, weißt du? Aber da ist bisher auch nur ein Video online, und zwar unser Tripp in Spanien mit der Messe Sevilla. Ach, das Inter-Tabak-Video ist noch nicht raus. Das ist eigentlich schon fertig. Ich muss eigentlich nur auf Launchen drücken. Ja, mach doch mal. Das musst du jetzt auf jeden Fall machen, bevor der Cast rauskommt. Ja, ich mach's heute noch. Oder morgen. Bevor der Cast rauskommt. Versprochen? Versprochen. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall hab ich da ein paar Interviews geführt mit... Iren, mit Aladin, mit Nasch, und ich glaub, Rooka-Ien hab ich noch kurz vor die Kamera geholt. Und da hat Eugen ein bisschen was allgemeins zu Wie solltest du Nasch und Blackburn rauchen? Also so von Meerlochköpfen. Oh, da kann ich auch gleich noch was Interessantes zu erzählen. Und welche Art von Meerlochköpfen und so weiter und so weiter. Und da hat er halt auch was zu der neuen Nasch-Sorte gesagt, wo ich grad nicht auf einen Namen komme, aber die anscheinend sehr, sehr geil sein soll. Okay. Und es sollen halt noch, ich glaub, sechs neue Burn-Flavor kommen. Ja. Aber da hat er dir auch noch keine geleaktet. Da hat er mir noch keine geleaktet. Ja, mir auch nicht. Ah, okay. Schmutz. Ja. Aber dann haben wir wenigstens noch was, wo es auch für uns eine Überraschung ist. Ja. Was ich gerade ansprechen wollte, also um Intertabak abzuhaken, klar ist Business to Business deutlich ruhiger, deutlich weniger los, aber für uns cool, weil man mal wieder entspannt mit den Herstellern reden kann, wie zum Beispiel bei Nasch und Co. ein paar Infos aus den Herstellern rauslocken kann und da schon mal so ein paar Sachen mitbekommt, die dann in der Zukunft hoffentlich kommen und das ist halt schon ziemlich cool an der Intertabak. Ja, deswegen für mich Intertabak immer ein ein Muss-Event im Shisha-Kalender des Jahres, sage ich mal. Oh, mein Kabel macht hier einen Abflug, das hat mich gerade genervt. Auf jeden Fall ein Muss-Event und sehr, sehr geil. War cool. Was ich eben angesprochen habe, übrigens war auch noch ein Video zu Intertabak, also am besten einfach beide reinziehen, dann habt ihr wahrscheinlich die meisten Infos am Start, die man so haben kann. Was ich eben ansprechen wollte, wir rauchen ja gerade beide Meerloch. Ja. Und jetzt werden sich bestimmt schon bei den Setups manche gedacht haben, Alex Meerloch, okay, macht der ja ab und zu, aber Marvin mit einem Meerloch, what the... Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass du langsam so diesen Weg hin zu Meerloch appreciaten... Ja, es ist noch ein bisschen durchwachsen. Also ich kann Meerloch-Köpfe schon mal mehr genießen, als das noch vor ein paar Monaten der Fall war. Allerdings denke ich mir nach so ein, zwei Meerloch-Köpfen auch immer wieder, holy shit, ich hab so Bock auf meinen Funnel. Weil Meerloch-Köpfe interessant, weil die Aromen doch deutlich anders rüberkommen. Also du kannst denselben Tabak rauchen und der verhält sich im Meerloch-Kopf komplett anders. Plus für mich ist es gerade wieder so was Neues in der Shisha-Szene, weißt du, wo gerade relativ wenig auf den Markt kommt, ist es ein Weg, eine neue Experience im Shisha-Bereich zu haben. Und für mich gerade wieder so ein Ding, wo ich mich reinfuchsen kann, neue Sachen ausprobieren kann, wo ich bei Funnel-Rauchen irgendwie sehr festgefahren war, slash bin. Und deswegen hatte ich unter anderem, es war gar nicht so geplant, dass das dann wirklich so wird, aber ich hatte letztens ein kleines Squash-Turnier mit dem Aaron von Whocademy, also Whocademy unterstrich official auf Instagram und der ist, also er und sein Partner Dave, die machen zu zweit den Blog, aber ich habe mich mit dem Aaron getroffen zum Squash-Zocken und dann nach Pfeife rauchen und dann haben wir abends noch spontan gestreamt. Und dieser Stream wurde spontan einfach zur Meerloch-Masterclass, weil der Aaron absoluter Meerloch-Fan ist, der hat, glaube ich, so gefühlt 100 Köpfe und fünf davon sind Funnel und der raucht auch wahrscheinlich höchstens zu fünf Prozent oder so Funnel. Der ist komplett auf russischem Tabak und russischen Setups und das ist halt fast immer Meerloch. Man muss auch dazu sehen, dass er sogar auch noch Hooker-Master bei Blackburn ist. Also der kennt sich da auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und wenn ich dann schon so jemanden am Start habe, dann versuche ich natürlich so viele Infos wie möglich rauszukitzeln. Sei das bei neuen Shisha-Produkten von Herstellern als auch bei Wegen, wie man Shisha-Rauchen kann und dann hatte ich den Aaron da und dann habe ich gesagt, bau mir mal ein Meerloch und was mischst du da so und wann welcher Meerloch für welchen Tabak und wie den Meerloch überhaupt bauen oder welche Bautechniken gibt es, wie viel Hitze gibst du bei welchem Kopf und was ist der Vorteil vom UPG gegenüber dem Vosko-Rimsia und wo ist der Vosko-Rimsia dann besser und was ist der Unterschied zwischen der Killerball und der Türkischball und dieser ganze Stream ging, glaube ich, so drei, dreieinhalb Stunden und das war non-stop Infos über Meerloch-Köpfe. Also wenn ihr mal einen Meerloch-Kopf ausprobieren wollt, der Stream ist übrigens komplett online, das ist eine Ausnahme, normal sind die Streams ja nur für Mitgliederarbeitern online, aber bei dem habe ich gesagt, das sind wichtige Infos, die ich keinem hinter einer Paywall verstecken will. Normal ist ja in den Streams klar, wir testen Sachen und so, die wichtigen Sachen kommen aber nochmal als Video, aber es gibt keine Streams, die essentielle Infos enthalten, die hinter einer Paywall versteckt sind und deswegen wollte ich den auch nicht hinter einer Paywall verstecken. Deswegen ist der online, könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, also falls demnächst mal ein Stream ausfällt oder ihr an einem Nicht-Stream-Tag von mir trotzdem einen Stream sehen wollt, guckt euch den auf jeden Fall nochmal an, der heißt auch Meerloch Masterclass, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Das war sehr, sehr geil, das war sehr, sehr geil, also es sind so viele krasse Infos drinne und seitdem der Stefan mir im Sabaton einmal den Vosko Rimsia gebaut hat und den mir wirklich gut gefallen hat, habe ich irgendwie das Bedürfnis, dass ich das genauso gut hinkriegen will und bin deswegen total dran bei Meerloch, dass ich da meinen Kopfbau selbst verbessere, mich da steige und die Setups geiler werden. Ja, ich muss sagen, ich habe ja immer schon hin und wieder mal ein Meerloch geraucht, bei mir kam so dieses, ich rauche, mittlerweile rauche ich eigentlich jeden Abend, also jeder guten Nachtkopf mittlerweile ist eigentlich ein Meerlochkopf bei mir, es kam bei mir eigentlich wirklich dadurch, dass ich angefangen habe, einen Nasch zu rauchen, ein bisschen häufiger und ich finde Nasch in einem Funnel so umwelten schlechter als in einem Meerlochkopf, also ich finde im Meerlochkopf kommen die Aromen einfach viel, viel besser raus, er verhält sich viel, viel angenehmer und also gerade bei Nasch, bei Burn zum Beispiel kannst du sowohl im Funnel super gut rauchen als auch im Meerloch, aber Nasch ist wirklich, muss man nach im Meerloch laufen. Ich finde auch, dass Nasch im Meerloch besser schmeckt, Nasch ist wahrscheinlich das Paradebeispiel von Tabak, den man, also wenn ihr Nasch habt und ihr Nasch häufiger raucht, ist es wirklich ein Paradebeispiel für Tabak, den man auf jeden Fall mal im Meerlochkopf getestet haben sollte. Ich finde auch, dass Nasch im Funnel weniger gut funktioniert mit einem kleinen Sternchen dran, außer er ist in einem Mix, wo Nasch nur zu einem kleinen Teil mit reingemixt wird. Also wenn du jetzt einen Mix rauchst, wo du weißt, der funktioniert super im Funnel und du machst da noch mal bis zu 20% Nasch dazu, dann ist es für mich kein Weltuntergang, den im Funnel zu rauchen, aber solltest du einen Mix rauchen, der zum größten Teil Nasch beinhaltet, dann ist Meerloch auf jeden Fall was, was man noch ausprobiert haben sollte. Und vielleicht geht es ja sowieso vielen Leuten so wie mir, die sagen, ich rauche eigentlich die ganze Zeit Funnel-HMD und bin damit auch happy und ich werde auch weiterhin am meisten Funnel rauchen. ich kann nicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber es kann ja nur Vorteile bringen, sich da ein bisschen weiterzubilden, mal was Neues auszuprobieren und deswegen gibt es bei mir in letzter Zeit häufiger mal einen Meerloch. Vor allem dazu muss man ja noch sagen, dass, wenn du jetzt mal vergleichst, so ein guter Funnel-Anführungszeichen, da bezahlst du ja schon so, wenn wir jetzt einen Wandenberg haben, dann 30 Euro von mir aus ein Haifen oder was weiß ich. Da bist du ja wirklich... Ich glaube, Popo ist bei... Also der günstigste Funnel, den ich im Moment sehr gerne empfehle, ist der The Plug. Ja. Weil er halt 5 Euro günstiger ist als der Popo. Ja. Der Popo ist super, der Wandenberg ist super und der Haifen ist super und die sind in aufsteigender Reihenfolge von Preis. Genau. Nicht Präferenz. Ja. Und da zum Vergleich zum Beispiel einen Wuskelungser Mumia bekommst du teilweise für einen 10er, was wirklich... Wenn du noch einen findest, weil die sind gerade überall ausverkauft. Ja, aber so an sich, so von der Theorie her... Ja, ich hab bei Ocean gesehen, Vosko Rimsja Mumia, also so ein Turkish Bowl, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ist denn jetzt wieder ein Turkish Bowl, guckt euch den Merloch Masterclass Stream an. Der kostet 10er gerade bei Ocean im Angebot, aber wie gesagt ausverkauft. Es gibt den Ubi Waschka, was die Killer-Variante... Genau, genau den kauft den Alex gerade raucht. Gibt's auch für einen 10er und der war auch noch verfügbar. Es gibt aber auch Merloch-Köpfe, wie zum Beispiel den Element Relic, den ich gerade hab, der glaube ich 25 Euro kostet. Ist aber auch wieder eine Special Edition. Ist eine Special Edition. Wie gesagt, das ist die Element-Variante. Eigentlich ist es ein ganz normaler Werkbundkopf. Wahrscheinlich findet ihr auch irgendwo den Werkbundkopf. Könnt ihr mal bei O'Neill und Shisha Dome... Da hast du glaube ich keine Codes, ne? Ne. Gut, dann kann ich ja uneingeschränkte Werbung für SWG 10 machen bei den Seiten. Ja, da könnt ihr gucken. Bei Ocean haben wir glaube ich leider beide keinen Code. Ich glaube Ocean hat generell keine Affiliate Codes. Ja, aber bei Ocean gab es den auf jeden Fall noch und den Relic gab es zum Beispiel bei Shisha Dome. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. An der Stelle auch wieder Werbung mit den Affiliate Codes. Aber steht oben, sagen wir immer. Ihr wisst ja Bescheid. Aber wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Merloch-Köpfe, die sich auf jeden Fall lohnen, auszuprobieren für relativ wenig Geld. Genau, um ihn mal auszuprobieren, muss man deutlich weniger investieren, um einen guten Funnel auszuprobieren. Genau. Oder als einen guten Funnel auszuprobieren. Ja, ist auf jeden Fall cool. Mir macht es Spaß, mich da gerade reinzufuchsen und das alles mal auszuprobieren. Und haben auch schon einige Leute im Chat dann, während Aaron und ich am Streamen waren, schon gesagt, ich probiere das jetzt auch mal aus. Und ey, mit den Tipps vom Aaron hat das direkt viel, viel besser geklappt. Wir hatten zum Beispiel den Lukas, der hat gesagt, na, ich habe das letztens probiert im Merloch und das war irgendwie nicht so gut und ich habe das so und so gemacht. Und dann hat der Aaron gesagt, probiere mal so und so. Dann hat der Lukas das direkt ausprobiert und hat am Ende vom Stream gesagt, ey, das war schon viel geiler. Also so ein paar kleine Kniffe und Tricks vom Aaron haben schon geholfen, um das Merlochrauchen beim Lukas zum Beispiel. Das waren auch noch ein paar mehr Leute. Das war nicht nur der Lukas am Ende. Aber um den Lukas als Beispiel zu nehmen, bei ihm wurde das Merlochrauchen schon viel, viel besser durch die paar kleinen Tricks vom Aaron. Kannst du das Beispiel vielleicht gerade ganz kurz konkretisieren? Weil ich weiß nicht, ob das bei mir einfach so dieses Ding ist, dass ich weiß, wie ich es mache, aber es halt schlecht erklären kann. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich klatsche den Tabak rein, relativ fluffig, mache den halt für mich persönlich sogar unter den Rand, weil ich es angenehmer finde und dann halt mit vier Kohlen und dann abfahrt und damit bin ich super happy. Und genau der Punkt unter den Rand ist schon mal der Punkt, den ich immer falsch gemacht habe. Weil es bei Merlochköpfen viel häufiger der Fall ist, dass du nur minimalen Kontakt rauchst. Und ich bin es beim Funnel gewohnt, ich lege den Tabak rein, der ist mindestens randhoch bei mir, also es kommt natürlich immer auf den Kopf an, manchmal sitzt der Hamdi tiefer drin und manchmal nicht so tief. Aber in der Regel ist der Tabak mindestens randhoch, es ist richtig Kontakt zur Smokebox da und er ist auch sehr, sehr präzise geformt. Und dann hat der Aaron den Merlochkopf gebaut und war so, so, der ist fertig und ich gucke so diesen Kopf an und ich dachte so, Digga, das ist zu wenig Tabak, das ist viel zu wenig verteilt. Und der Aaron, also um was müsst ihr machen oder was solltet ihr probieren, wenn ihr mal Merloch probieren möchtet, nicht zu krass verteilen, also nicht zu perfektionistisch verteilen. Das sollte auch nicht wie reingeschmissen aussehen. Aber ich habe zum Beispiel immer zu hoch gebaut, ich habe zu perfekt verteilt und ich habe zu flach gebaut. Der Aaron baut da manchmal so ein kleines Hügelchen. Also die Mitte vom Tabak berührt vielleicht die Smokebox, aber außen schon gar nicht mehr. Und man muss darauf achten, dass der Tabak auch schön überall ist. Also das ist jetzt eigentlich gegensätzlich zu dem, wie ich es vorher gesagt habe. Also er soll überall schön am Rand vom Tabak liegen, aber oben teilweise so ein kleines Hügelchen und minimalen Kontakt. Also wenn ihr Funnel-Vollkontaktraucher seid, so wie ich, und ihr wollt mal mehr noch probieren, probiert wirklich mal bewusst ohne Kontakt oder minimalen Kontakt, weniger perfektionistisch verteilen und dann das mal ausprobieren. Also wirklich, als ich die Köpfe vom Aaron gesehen habe, dachte ich mir, das ist nicht genug verteilt und das ist nicht genug Tabak. Ja. Und der Kopf lief besser als jeder andere Mehrlochkopf, den ich mir selbst hätte bauen können. Alles krass. Und der Aaron testet immer noch mal von unten, geht der mit so einer Gabel-Loch-Stecher-Kombi, mit einem Stecher, irgendwas, mit einem Essstäbchen, scheißegal, von unten noch mal durch und pusht noch mal so ein bisschen die Löcher frei. Ja, einfach nur, dass du halt einen super guten Airflow hast. Genau, ja. Weil ich zum Beispiel muss auch sagen, dass ich einfach auch Mehrlochköpfe, gerade, also mit HMD, natürlich, einfach ohne Siebrauche. Also es gibt ja so, das ist halt dieses... Weil... Weil... Achso, keine Begründung. Ich nenne die Begründung. Ja. Bei Mehrlochrauchen ohne Kontakt ist es deutlich essentieller, dass der Tabak am Kopf anliegt, damit der Kopf die Hitze speichern kann und somit den Tabak schon mit erhitzt. Macht Sinn. Macht Sinn. Weißt du, was noch ein anderes Key Takeaway war? Mein Learning. Mein Learning. Ja. Mein Learning. Hau raus. Der Aaron hat mir erzählt, er findet, der Durchzug ist von der E.ON zu gut. Und ich war so, Bruder, was? Ich finde den legendär. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich einen Mehrlochkopf vom Aaron auf der E.ON geraucht habe, der ist wirklich zu gut. Weil der Aaron meistens ohne Kontakt baut oder mit minimalem Kontakt, meistens extrem fluffig baut und du dadurch, ich habe das relativ gut, glaube ich, zusammengefasst und erklärt im Stream, wenn du sagst, du kannst maximal 100 Punkte auf der Durchzugsskala haben, würde ich sagen, hat die E.ON so 90. Ja. 90 Punkte. Wenn ich mir einen Funnel auf Vollkontakt baue, kostet dieser Funnel 20 Durchzugspunkte. Das heißt, von den 90 bei der E.ON bleiben noch 70 über. Und vielleicht ist mein Sweet Spot 70. Und vielleicht ist der vom Aaron auch 70. Aber der Aaron baut sich einen sehr, sehr fluffigen Mehrloch ohne Kontakt und deswegen kostet der Kopf, so wie ihn Aaron baut, nur 5 Durchzugspunkte. Was bedeutet, dass von den 90 Punkten bei der E.ON immer noch 85 übrig bleiben, was 15 über seiner Präferenz ist. Das stimmt. Und das war so ein Ding, da habe ich nie drüber nachgedacht. Also ich meine, obviously wissen wir alle, je nachdem, wie du deinen Kopf baust, kann es den Durchzug beeinflussen, aber trotzdem, als ich nicht bewusst über Aarons Aussage nachgedacht habe und er mir gesagt hat, die E.ON hat einen zu guten Durchzug, weil ich so, Bruder, was? Bist du dumm? Kann das sein? Und dann hat es aber Sinn gemacht, als ich auf den Gedanken gekommen bin. Es war so ein Eye-Opening-Moment, weißt du? Und deswegen macht es Sinn, dass der Aaron zum Beispiel Pfeifen mit einem strengeren Durchzug lieber raucht. Sowas wie VUCA oder Russische Pfeifen, die nicht so einen krassen Durchzug haben. Ja. Und das macht jetzt auch Sinn, dass die Russen meistens nicht so einen krassen Durchzug haben, weil diese Setups, die der Aaron baut, sind basically die russischen Setups. Ja. Na klar. Und dann macht es Sinn, weil die Köpfe, die die Russen bauen, nicht so viel Durchzug kosten, wie Köpfe, wie ich sie mir persönlich baue. Und wenn ich halt eine russische Pfeife nehme, die sagen wir mal nur 65 Durchzugspunkte hat oder sagen wir 70, um es einfacher zu halten und ich baue mir wieder den Funnel, wieder 20 Punkte weg, dann bin ich noch bei 40. Ja. Und das ist für mich zu wenig Durchzug, weil ich hätte gern 70 Punkte. Macht Sinn. Aber es sind so Dinge, da denkt man halt auch nicht drüber. Da hat man halt so diese Scheukapp, was Alex gesagt hat auch. Die Scheuklappen sind drin und du denkst nicht outside the box. Du musst outside the box. Über den Tellerhand hinaus. Ja, ja, genau. Hau mal noch ein paar Einmalen-Klischees raus. Wir haben mal über den Tellerrand hinaus geblickt. Und das war interessant. Ich mag meinen Tellerrand sehr gerne. Ich mag meinen Teller sehr gerne mit meinem Funnel-Vollkontakt. Ja. Aber es kann ja nicht schaden, auch mal was Neues auszurühren. Ja. Und das wäre auch mein kleines Wort zur Episode 35. Probiert es einfach mal aus. Falls ihr einen Nählung daheim habt oder euch für ein Zehner mal ein Vosko-Rims-Jahr ziehen. Also, wenn du was Neues beim Shisha-Rauchen ausprobieren möchtest, ohne viel Geld zu investieren, dann ist ein Zehner für ein Vosko-Rims-Jahr ein super Weg mit möglichst wenig Geld eine komplett neue Experience zu haben. Und ganz ehrlich, ich würde dann auch an eurer Stelle einfach das Video von Marv gucken. Da habt ihr wirklich alle Basics drin und halt auch wirklich fortgeschrittene Tipps. Und ansonsten könnt ihr uns trotzdem eine DM schreiben, weil ich denke mal, du kannst da viele Fragen beantworten, ich kann da viele Fragen beantworten. Ja. Und ist natürlich auch cool, da einfach nochmal so ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Ja. Hashtag Vielfältigkeit. Wichtig. Und richtig. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und auch was, da werde ich mit Sicherheit selbst noch ein paar Mal reingucken. Ich habe schon mit Aaron überlegt, wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir nochmal sowas wie der ultimative Smokebox-Guide, dass wir das nochmal für Merloch machen. Da habe ich aber nicht die Expertise, muss ich euch ehrlich sagen. Also, ich will euch nicht irgendwie, ich will mich nicht darstellen, als wäre ich irgendwie der Experte für Merloch-Köpfe, abgesehen davon, dass mir wahrscheinlich auch keiner glauben würde. Aber, also, ich will mich da auch gar nicht so darstellen. Aber, wenn man weiß, dass man etwas nicht weiß, dann muss man halt wissen, wer es weiß oder wo es steht. Und da schnappe ich mir den Aaron und dann machen wir demnächst hoffentlich mal den ultimative Merloch-Guide. Diese ultimativen Guides sind aber sehr, sehr aufwendig. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Also, ein bisschen Geduld bitte. Das wird noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit habt ihr halt die nicht komprimierten Infos in der Merloch-Masterclass, halt einen dreieinhalb Stunden Stream. Aber, wenn ihr mal abends nichts zu tun habt, macht euch eine gemütliche Pfeife nebenbei an, probiert es aus. Und ansonsten müsst ihr halt ein bisschen warten. Ich denke, das Video wird dann wahrscheinlich trotzdem gut und gerne eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Aber das dauert noch. Und, wer nicht warten will, kann sich den Stream angucken. Und ansonsten wartet ihr eben. So sieht es aus. So sieht es aus. Ich meine, ich habe ja auch deine Notes gesehen zum ultimativen HMD-Guide. Und das war ja wirklich ein... Habe ich dir mal das... Oh, das muss ich gleich noch anteasern. Das muss ich noch mal erzählen. Die Geschichte der Shisha. Habe ich dir da mal die Notes zu gezeigt? Nee. Das ist geisteskrank. Also, das ist bis jetzt auf jeden Fall, abgesehen vom ultimativen HMD-Guide, ist das, glaube ich, das zweitaufwendigste Video, was ich jemals gemacht habe. Und das hier... Ach, crazy. Es geht noch viel weiter. Und das hier war mein Skript zu diesem Video. Das waren meine ganzen Bilder, die ich dazu rausgesucht habe. Und unten hatte ich dann auch noch die Quellen. Und dieses... Also, ich muss immer noch scrollen. Ich bin immer noch am scrollen. Hier sind noch die Quellen. Krass. Und das war mein gesamtes Skript. Inklusive Bildern. Hier zum... Das war dann auch so die Verteidigung der Shisha auf der Welt. Denkst du, das ist so einfach. Und dann hörst du so, ja, das war im Osmanischen Reich. Bruder. Was für Osmanische... Was ist... Also, weißt du, ohne das Bild hier zu sehen, hättest du mir sagen können, wo das Osmanische Reich war? Nein, in keinem Leben. Ja, und dann musst du... Weißt du, du hörst so, ja, da und da hat sich Shisha verbreitet. Und dann denkst du, Junge, was ist das für ein Land? Du weißt das ja alles nicht. Und auf jeden Fall war das sehr, sehr geil, da den kompletten Deep Dive zu der Geschichte der Shisha mal hinzulegen. Es war ein unglaublich aufwendiges Video. Und das ist jetzt auf YouTube zu sehen. Also, falls ihr es noch nicht geguckt habt, tut mir einen Gefallen. Das war wirklich scheiße viel Arbeit. Ich würde es absolut feiern, auch an die Leute, die es schon gesehen haben. Klickt es einfach noch mal rein. Noch mal durchlaufen. Das hat bis jetzt leider nur 15.000 Klicks. Das ist wahrscheinlich ein Video, was über längere Zeit performen wird, hoffentlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass es in Anführungszeichen nur 15.000 Klicks hat. Also, falls ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, lasst es gerne einfach noch einmal komplett durchlaufen. Das ist nämlich so das Wichtigste für den YouTube-Algorithmus. Wenn ihr den Thumbnail irgendwo sieht, draufklicken. Die Click-Through-Rate ist wichtig und die Average Watch Duration, also wie viel Prozent von dem Video wurden angeguckt. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch gerne mal an. Ich glaube, ein interessantes Video für jeden, der irgendwann mal irgendwo irgendwas mit Shisha zu tun hatte. Und ansonsten wäre das einfach sehr geiler Support für mich. Aber es ist, denke ich, ein geiles Video geworden. Und ich denke, das ist auch ein geiler Shisha-Cast geworden. Und jetzt haben wir es geschafft, Alex. Wir sind wieder aktuell. Wir sind wieder aktuell. Das heißt, wir können im Shisha-Cast Episode 36, Entschuldigung, 36 können wir wieder rein starten. Im Dezember dann noch. Was? Dieses Jahr noch? Junge. Der hat ja was vor. Ah, wir haben bald wieder Jubiläum. Wann haben wir Jubiläum? Ich glaube, 3. Dezember. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Boah, dann haben wir schon zwei Jahre Shisha-Cast. Ja. Ne, drei. Drei? Ich glaube, wir haben im Dezember zwei. Als ob wir 35 Folgen in zwei Jahren roh. Ich glaube, im Dezember 2019 haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Krass, der. Das kommt mir gar nicht so lange vor, ne? Ne. Shisha-Cast fühlt sich irgendwie immer noch so ein bisschen wie dieses Baby-Projekt an. Irgendwie schon, aber ich glaube, Dezember 2019. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Ja. Krank. Dann haben wir dieses Jahr Dreijähriges. Ja. Heftig. Ja, Freunde. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Gut. Wir hoffen aber, dass euch erstmal diese Folge gefallen und dass wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Alex, war wie immer eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Marvin. Ich danke Ihnen auch. Und wir danken euch fürs Zuhören oder Zugucken und hoffen, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Sayonara. Macht's gut. Ötl. Wir danken euch. In der nächsten Mal.